Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX, der bleibt weiter auf Richtungssuche. Gestern stieg er im frühen Handel leicht über 12.600 Punkte. Diese Zugewinne, die konnte er aber nicht lange halten. Am Nachmittag drehte er beinahe ins Minus, am Ende reichte es dann für ein Plus von 0,35 Prozent. Schlussstand 12.527 Punkte. Nun der Blick nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, Viola. Also unter dem Strich hat sich gestern nicht allzu viel getan beim DAX. Was wird denn heute erwartet? Was sind die Vorgaben? Guten Morgen aus Frankfurt. Du hast schon gesagt, gestern haben wir die Gewinne ja zeitweise dann fast aufgezehrt, dass es dann immerhin noch ein kleines Plus wurde. Lag auch an der guten Laune der Wall Street und die könnte uns auch heute noch ein Stück weit beflügeln. Fast schon Partystimmung beim Dow am Ende des Tages. Ein Plus von immerhin 1,6 Prozent. Die Anleihrenditen sind weiter im Sinkflug unterwegs gewesen, also haben weiter nachgegeben und das Gespenst der Zinsangst ist damit weiter so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Nicht ganz so schön heute Morgen an den asiatischen Börsen. Beim Nikkei sehen wir zwar grüne Vorzeichen, allerdings beim Hang Seng und beim Shanghai Composite. Da haben wir die Farbe rot vorherrschend. Für den DAX sieht es heute allerdings danach aus, als würden wir der Wall Street ein Stück weit folgen und zumindest mit einem Plus in diesen Tag starten. Und dann ist die Berichtssaison ja noch lange nicht zu Ende. Drei Sorten Zahlen, also von drei Unternehmen haben wir schon Zahlen bekommen. Gestern Abend schon Fresenius und Fresenius Medical Care, heute Morgen schon BASF. Die wollen dann natürlich auch entsprechend verarbeitet werden. Besten Dank nach Frankfurt, Viola. Soweit der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Es geht weiter mit der Marktidee. Die ist heute General Electric. General Electric musste den Gewinn für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 neu berechnen. Die US-Börsenaufsicht hatte die Bilanzierung der langfristigen Verträge bei GE vor einiger Zeit unter die Lupe genommen. Die Aktie von General Electric, die befindet sich seit Juli 2016 in einem Abwärtstrend. Im gestrigen Handel ist sie nun sogar auf ein Achtjahrestief gefallen. Eine ausführliche Chartanalyse dazu bekommen Sie natürlich wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Morgen sehen wir uns wieder mit Ideas Daily TV. Würde mich freuen, wenn Sie reinschauen. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.